Der Fanclub Vilshofen Rot-Weiß und Mia San Mia Finzing hatten das Große losgezogen und sie waren der Hauptgewinn. Mit dem Bayern-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge schlug praktisch der Boss persönlich in Vilshofen auf. Zu den Finzinger Bayern-Fans kam mit Arturo Vidal ein waschechter Krieger nach Neuhausen bei Offenberg. Und der Chilene trägt diesen Spitznamen nicht nur aufgrund seiner auffälligen Frisur, sondern auch wegen seines unermüdlichen Einsatzes. Dafür mögen ihn die Fans. Weil er einfach der Krieger ist, weil er so ein Typ F ist, der war einmal die Ärmel in die Höhe gekrempelt und dann einmal der Mannschaft ein Zeichen setzt, wenn es nicht so läuft. Und der Krieger zeigte sich dann natürlich handsam und begeisterte vor allem die kleinen Bayern-Fans. Doch nicht nur die löcherten den Mittelfeldmann mit Fragen. Da spielt es am Ende auch keine Rolle, dass der Chilene kein Wort Deutsch sprach und gedolmetscht werden musste. Verständigungsprobleme gab es bei Karl-Heinz Rummenigge hingegen natürlich keine. Das FC Bayern-Urgestein gab sich im Wolferstädter Keller volksnah und redselig und verriet prompt seine Meinung zum viel spekulierten möglichen Sportdirektor-Posten von Philipp Lahm. Ich finde auch, dass er seine Geschichte als Kapitän sehr, sehr gut macht und ich würde sagen, er ist heute mehr als nur der Spieler des FC Bayern. Ich hatte mit ihm Gespräche, ich glaube Uli hatte in der Zwischenzeit auch das ein oder andere Gespräch mit ihm. Wir trauen ihm zu, dass er eine solche Rolle ausfüllt. Wir haben ja im Moment da eine Vakanz, weil nachdem der Matthias Sammer im letzten Sommer aufgehört hat. Nicht nur da gab es großen Applaus von den Fans. Auch als er versicherte, dass Thomas Müller seiner Einschätzung nach wohl auf ewig bei den Bayern bleibe. Oder als Rummenigge über die Zeit erzählte, wie sein Wechsel anno 1984 zu Inter Mailand den Verein sanierte. Für den noch jungen Vilshofener Fanclub war der Besuch auf alle Fälle ein Highlight. Ja, das ist natürlich absoluter Wahnsinn für uns. Wir haben uns jetzt einfach einmal das erste Mal beworben. Unseren Verein gibt es erst seit dreieinhalb Jahren. Und dass es gleich funktioniert, mit dem haben wir nie gerechnet. Und dass jetzt noch der Vorstandsvorsitzende, der Herr Rummenigge, kommt, das ist natürlich absolut überwältigend. Auch die Finsinger dürften diesen Tag mit Arturo Vidal so schnell wohl nicht vergessen. Und obwohl ein erneuter Besuch eines Stars für die nächste Zeit eher unwahrscheinlich sein dürfte, hatte man dann doch noch so einige Wünsche. Das ist bei Manuel Neuer gern gesehen, auch ein Roppen. Wer unter anderem eigentlich alle sozusagen machen, ist ja Bayern-Fan. In Sachen sportliche Ziele gaben sich die Verantwortlichen ebenfalls gewohnt bescheiden. Besser wird es ein wenig schwächeln und dann im Frühjahr gestärkt rauskommen und die Champions League wieder mal gewinnen. Die Bayern halt. Mir san mir eben.